Ich bin Manuela Starkmann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe Deine Klarheit, dem Letzten, für dieses Jahr. Hier geht es um Sinn, Spaß, Spirits und wie Du zurück zu Deiner Klarheit findest. Ja, das ist der letzte Podcast in diesem Jahr. Es geht also tatsächlich ums Jahresende, Jahresanfang, also Abschluss und Beginn. Und es ist doch schön, wenn Du selbst Dein neues Jahr kreieren kannst. Und genau darum geht es diesmal. Ich glaube, dazu passen auch die anderen Podcasts. Also es geht einmal über die besinnliche Zeit. Und schau auch zu dem Podcast vier heilsame Worte. Und natürlich über das große Geschenk, nicht nur zu Weihnachten, das Interview mit meinem lieben, wahren Freund Dirk Kreuter. Ja, und jetzt diese Podcast-Folge, in der es tatsächlich darum geht, wie Du Dein neues Jahr gestalten kannst. Und aus dieser Summe dieser Aspekte sollst Du Dir jetzt natürlich wie immer das rausziehen können, was sich für Dich leicht und schön und lustig anfühlt, wo Du Spaß dran hast. Und der erste Aspekt, um Dein Leben verändern zu können, ist, klar zu sehen. Wie Du vielleicht weißt, bin ich ja ein ganz großer Fan von Zitaten. Und der Autor vom kleinen Prinz, Antoine de Saint-Exupery, hat einen wunderschönen Satz kreiert. Also einen von den vielen wunderschönen Sätzen. Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Hm, was hat denn das jetzt mit dem Jahresende und Anfang zu tun? Im Wechsel der Blickrichtung. Das sagen auch oft meine Kunden zu mir, wenn sie beim Guiding sind. Ich verändere nicht ihr Leben, ich verändere ihre Sichtweise darauf. Du kannst in Deinem Leben jetzt wahrscheinlich eher schlecht von jetzt auf gleich alle Umstände verändern. Also Menschen, Job, Gegebenheiten, Wohnfläche. Weil dann ist natürlich jeder Wechsel einfach. Aber wie schön ist es denn zu sagen, das, was ich habe, ist bestimmt toll. Vielleicht sehe ich es im Moment nur noch nicht richtig. Dafür hilft dieser Wechsel der Blickrichtung. Und genauso wie, wenn Menschen einen Konflikt haben und man sagt, du siehst doch einfach mal aus meiner Warte, möchte ich Dir echt ganz nah ans Herz legen, dass dieses Klarsehen der erste Schritt für die Veränderung ist. für Dein anderes, wundervolles, neues Jahr. Und ich möchte Dich dabei begleiten, die Blickrichtung zu wechseln. Und zum Klarsehen ist es eben schlicht und ergreifend der erste Aspekt zu visualisieren. Ich erlebe gerade, wenn ich mit den Teilnehmern Zeitmanagement mache, dass wahnsinnig viele Menschen meinen, im Kopf planen hilft. Ja, das sind dann meistens die, die nie zugeben würden, wie gestresst sie sind, weil sie eben all die Kleinigkeiten, die heute Tag über auf uns einprasseln, gar nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes im Blick haben können. Visualisieren ist das Zauberwort. Auch deshalb, weil Du Dich ganz anders mit etwas beschäftigst, wenn Du es aufschreibst. Es geht also dann nicht wie beim im Kopf planen nur einmal durch Deine Gehirnwindungen durch, sondern wenn Du es auch aufschreibst, hast Du es auch gesehen, angeschaut. Auch das ist klar sehen. Ja, der nächste Schritt ist, wenn Dir klar ist, dass das reine drüber nachdenken oder auch beschweren über Dein Leben nicht ausreicht, sondern Du auch sagst, ich weiß, dass ich ein gutes Leben habe, ich möchte da noch mehr einen Griff dran haben, wie ich es nenne. Dann komm weiter. Also, erster Punkt ist natürlich, Du willst was verändern. Und auch bewusst machen. Manchmal vielleicht auch, dass es so bleibt, wie es ist. Du willst klar sehen, das bedeutet, Du wirst visualisieren. Ja, und der nächste pragmatische Schritt ist, auf welche Art? Ich bin kein Fan von Handys. Meine Mama sagt dazu Wischkästchen. Diese ganzen sonst noch was, Dinger hier, wo wir drauf rumwaschen. Ich persönlich mag es nicht. Warum? Die Dinger sind klein und sie haben Grenzen. Gut, das braucht es auch, damit die ganzen Schrauben nicht rausfallen. Aber Du weißt, was ich meine. Das Ding hat immer irgendwelche Grenzen um sich rum. Und wie gesagt, dann ist es auch noch klein. Wie willst Du denn groß denken und fühlen, wenn Du über dieses Wischkästchen schon eine Begrenzung hast? Also, aus meiner Sicht ganz pragmatisch gesprochen, was ist Deins? Papier oder PC? Also für mich ist es ein großes Papier oder ein großer Bildschirm. Ich persönlich, wenn Du meine Podcasts kennst, bin ein altmodisches Mädchen. Also ich komme bei manchen Sachen natürlich näher drauf, dass ich sage, naja, diese Tagestodoliste, die mache ich dann am Rechner. Aber weißt Du, so was Kreatives wie das, was wir hier in diesem Podcast gemeinsam entwickeln. Dein neues Jahr, ein Ritual, etwas, was Du ab sofort so machst oder das, was Du bisher machst, damit verquickst und jedes Jahr machst. Vielleicht sogar nicht nur zum Jahreswechsel, sondern auch zum Geburtstag. bei mir ist es jetzt ganz praktisch, der ist im Mai, sprich ich habe so immer ein halbes Jahr, ein halbes Jahr um es anzuschauen. Oder Du nimmst den Frühling, Jahreswechsel, Ostern und wenn die letzten Ferien in Deutschland vom Sommer zu Ende sind und machst dann im September nochmal was. Auch bei der Zeit kreier Dir, was für Dich Sinn macht und kreier es auf etwas Großem, weil Du willst Dir auch groß fühlen, denken und leben. Und groß, bitte, nicht missverstehen, heißt nicht gleich, dass Du obererfolgreich wirst und dass alles, was ich sage, nur darauf ausgerichtet ist, dass Du möglichst viel Geld hast, möglichst viele Autos, Klamotten, Status und sonst noch was. Groß denken, erfolgreich sein, ist das, was Du drunter verstehst. Alles ist erfolgreich. Es muss nicht automatisch etwas Materielles sein, wenn Du damit glücklich bist. Du bist erfolgreich, wenn Du damit glücklich bist. Wenn es die Lebensweise ist, die Du haben willst und lebst. Also nicht nur die Träume, sondern natürlich auch das Aufwachen und Verwirklichen der Träume. Also ich spreche jetzt hier folgend einfach von Flipchart-Papier. Ich bin ein Fan von Flipchart-Papier. Großes Papier. Du kannst auch kreativ sein, keine Ahnung. Du hast letztens Deine Wohnfläche tapeziert und hast noch verhältnismäßig weiße Tapete übrig. Du lasst sie auf dem Boden laufen. Denk groß, schon zu Beginn mit dem Medium Papier. Und wenn Du willst, natürlich ansonsten eben Dein Rechner. Ich formuliere es jetzt hier wie Papier. Für Papier. Ja, und dann nimmst Du Dir Deinen Lieblingsstift. Ich sage jetzt mal, weiterführend ist es ein Flipchart, dann nimmst Du am besten richtig gute Keilstifte. Ich persönlich mag die von Neuland am liebsten. Die begleiten mich seit fast 20 Jahren. Ich finde die klasse. Nimm nicht die Rundspitze, die sind zu dünn. Nimm die Keil. Die sehen, auch wenn Du irgendwann mal präsentieren musst in Deiner Firma, in Deiner Arbeit, wo auch immer, in Deinem Unternehmen. Keil ist immer besser als die dünnen. Ja, und dann nimm Dir verschiedenfarbige Textmarker. Wer schon mal bei einem meiner Events war, weiß, das steht sogar im Einladungstext drin. Viele verschiedenfarbige Textmarker. Wir sind so rechtshirnlastig. Wir schreiben von oben links nach unten rechts. Aber wir nutzen ganz ungern Symbole und Farben. Ich liebe Textmarker, weil Du einfach anmarkern kannst, was für Dich eine spezielle Bedeutung hat in der entsprechenden Farbe oder Du kreierst da ein Symbol oder beides machst Du Symbol in der Farbe. Das heißt, das Flipchart, das Du dann vor Dir haben wirst, erkennst Du, weil Du keine Ahnung, zum Beispiel mit Schwarz schreibst, aber mit den verschiedenen bunten Textmarkern. Malst Du, also wirklich, der Titel ist nicht zufällig, kreiere Dir ein wundervolles neues Jahr mit der Betonung auf kreiere, also sei auch kreativ, nimm Farben, nimm Symbole mit rein. Und, eben weil es jetzt in dieser Beschreibung ein Flipchart ist, Du brauchst Platz für diese Übung, für dieses Ritual, nämlich jedes Thema, jede Überschrift ist ein Blatt Papier. Also solltest Du es tatsächlich doch am Rechner machen oder keine Ahnung, es gibt auch ganz tolle A4 Blöcke oder noch schöner Hefte Schrägstrich Bücher. Also wenn Du so ein A4 Buch wie ich es zum Beispiel für meine Tagesaufgaben habe aufklappst, hast Du A3. Dann ist das aber bitte jeweils ein Thema, eine Seite. Und Du siehst schon, wie begrenzt Du bist, wenn Du es am Rechner machst, weil dann kannst Du es fast nur fortlaufend machen, außer Du bist Grafiker und verfügst über einen riesengroßen Bildschirm um mehrere Seiten nebeneinander zu legen. Das Ding soll sein, Ideal ist, wieder zurück zum Flipchart-Papier, wenn Du einen Raum hast, wo Du das offen liegen lassen kannst. Es sind jetzt noch paar Tage bis zum Jahreswechsel, dass Du Dir einfach sagst, ich kann das da liegen lassen, ich kann mir jeden Tag Zeit nehmen, um mich diesen Flipchart, diesen Flipcharts zu widmen oder ich nehme sie einfach nur und rolle sie schnell zusammen, dann sind sie nicht groß im Weg für die anderen in der Familie oder Freunde oder mit wem Du wohnst, aber es soll kein großer Aufbauakt sein, diese Flipcharts wiederzusehen und Du wirst erleben, wie immer beim Brainstorming, Du setzt Dich bewusst hin und dann kommt total viel und dann gibt Dir Dein Gehirn das Gefühl, fertig, Ich kenne es jetzt von mir, ich bin beim Kochen und dann fällt mir ein, oh Mensch, zu dem Thema, zu dem Flipchart, das müsste ich jetzt schnell aufschreiben, weil sich mein Geist mit etwas ganz anderem beschäftigt. Dann ist es total unpraktisch, wenn Du dann erst mal die Flipcharts wieder hinten aus dem Schrank rausholen musst, weil Du sie komplett verräumt hast. Kann ich Dich mitnehmen? Wir sind immer noch im pragmatischen Teil. Also schaff Dir im Kreieren wirklich das Spielfeld, im wahrsten Sinne des Wortes, dass Du die Zeit hast, dass Du den Raum hast und dass Du die Medien hast. Das ist die Basis, das ist, wie ich so oft nenne, der Keller, das Fundament. Und da drauf, da drauf kommt dann das, worum es wirklich geht. Für mich habe ich einige Themen. Ich möchte die nicht durchnummerieren, ich möchte die einzellen benennen. So, und jetzt kommt wieder mal was. Wie Du weißt, bekommst Du von mir keine Vorschriften, kein So musst Du's machen und wenn Du's anders machst, ist es falsch. Das sind Ideen von mir, auch die jeweiligen Überschriften auf dem jeweiligen Flipchart. Nochmal ganz wichtig, ein Flipchart, eine Überschrift. Im Übrigen mache ich das grundsätzlich mit E-Mails auch so, auch wenn Sie an denselben Menschen gehen. Ein Thema, eine E-Mail. Im Betreff steht dieses Thema, nicht tausend Themen in ein E-Mail rein und dann hat man in der Nacharbeit total Schwierigkeiten, es nachzuverfolgen, was ist jetzt schon abgegessen, wo muss noch was gemacht werden. Ein Flipchart, ein Thema. Ich habe verschiedene Themen, nimm meine und schau, ob es für Dich Sinn macht, wenn nicht, veränderst und ganz wichtig, lass sowohl weg, wo Du sagst, nö, das fühlt sich unrund an, als auch Füge hinzu, wenn Du jetzt im Zuhören merkst, ja, aber in meinem Leben, da das so und so ist, das kann die Ela ja nicht wissen, da fehlt noch ein Flipchart und eine Überschrift, dann mach das mit dazu. Ich bin nicht Dein Guru, um Dir zu sagen, was Du zu tun und zu lassen sollst. Ich bin Dein Guide, ich möchte Dir einfach Impulse geben. So, jetzt geht's los mit den Überschriften. Altes Jahr. Was, in Klammer, und wen, mag ich darin? Das heißt, Du hast ein Flipchart über das alte Jahr. Es läuft noch ein paar Tage und Du hast Gegebenheiten in diesem Jahr, nimm Dir Zeit und überleg da auch, möchtest Du alle Flipcharts erst mal malen und dann quer dazuschreiben oder möchtest Du eines machen und dann dazuschreiben, erst darauf folgendes Nächste, auch da. Wenn Du das 10, 20, 50 Jahre machst, bist Du Profi in dem Ding. Also altes Jahr, was und wen mag ich? Das hat natürlich sowohl die Visualisierung für sich, das Bewusstmachen, als auch in diesem Bewusstmachen auch dieses im wahrsten Sinne des Wortes Sehen, dass doch, vielleicht hattest Du so ein hartes Jahr oder nicht ganz so wahrgenommen, wie schön das vergangene Jahr war. Da hilft es, das aufzuschreiben und zu sehen und auch aus meiner Sicht auch die kleinen Sachen mitzunehmen. Also ich bin nach wie vor ein Fan davon, dass ich zu essen habe, zu trinken, Kleidung, eine Wohnfläche, Strom, fließendes Wasser, weißt Du, mal wieder so richtig dankbar sein. Ha, habe ich übrigens auch einen Podcast zu. Das nächste Flipchart, noch mal altes Jahr. Was? In Klammer und wen? Darin mochte ich nicht. Also es wird natürlich in dem Jahr auch was gegeben haben, wo Du sagst, bei aller Selbstreflexion, das war lehrreich und gleichzeitig scheiße. Diese Situation oder diesen Menschen, mit dem kann ich zum Jahresende innerlich abschließen. Übrigens heißt es nicht automatisch, dass Du es den Menschen sagen musst. Aus meiner Sicht im Gegenteil. Vieles ist aus meiner Wahrnehmung ein innerer Entschluss und Du wirst auch spüren, dass Menschen, die Du zum Beispiel vielleicht wieder mehr treffen möchtest, sozusagen zufällig sich bei Dir melden. Ich glaube, dass diese innere Ausstrahlung, die eine Entscheidung mit sich bringt, Wunder bewirkt. Also, nächstes Flipchart war, was hat Dir am alten Jahr nicht gefallen? Was und wen mochtest Du nicht? Visualisiere auch das. Das nächste Flipchart ist für den wirklichen Wechsel. Also, wenn Du diese beiden Charts anschaust vom alten Jahr, was mochtest Du darin, was mochtest Du darin weniger? Dann überleg auch auf dem nächsten Flipchart, wen und was ich im alten Jahr belasse. Und bedenk bitte auch, das hat nicht nur was und wen im Außen zu tun, sondern natürlich auch was und wen Du. Also, wenn Du an Dir feststellst, dass Du immer noch voller Selbstzweifel bist oder dass es Dir schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen, dann nimm bitte solche Aspekte auch drauf. Also, denk immer dran, alles, was ich Dir sage, hat weniger mit dem Außen, sondern immer zuerst mit dem Innen zu tun. Und da, wo das Hand in Hand geht, betrifft es natürlich genauso. Im Übrigen, dieses Flipchart für den Wechsel, diese Schnittmenge, was ich im alten Jahr belasse, das nehme ich und verbrenne es an Silvester. Kannst Du so machen, musst Du nicht so machen. Manche sagen auch, sie verreißen es einfach nur das Papier und da siehst Du wieder, wie schwierig das mit einem Bildschirm wird oder auch einem A4 Blog, Heft, Buch. Flipchart hat da einfach was. Du kannst es auch ins Wasser geben, du kannst es ins Klo runter, wenn es ein kleines Papier ist. also beim Flipchart wird es natürlich nichts. Wenn Du sagst, ich habe es auf A4 gemalt, weil ich lieber das Übersichtliche habe, dann kann ich die Blätter auch besser liegen lassen. Du musst dieses Blatt, was Du im alten Jahr belässt, nicht vernichten. Ich persönlich empfinde es als schönes Ritual, wenn wir im Garten sind, das dann tatsächlich zu verbrennen. Das nächste Flipchart und in der Hinsicht auch grundsätzlich das Abschließende heißt Neues Jahr. Was ich mir darin wünsche, zum Beispiel Menschen und Gegebenheiten. Bedenk bei den Menschen auch, was es mit Dir zu tun hat. Also was möchtest Du in Deiner Eigenveränderung auch in dem neuen Jahr mit Dir erleben. Gegebenheiten kann alles sein. Das kann sowas, ich sage jetzt mal eher bezüglich materiellem Erfolg bezogenes sein wie Dein Job. Es kann auch eine Reise sein. Es gibt ja diese Löffellisten. Was möchte man erleben, bis man, solange man lebt, bis man gestorben ist. Auch solche Gedanken und Einflüsse kannst Du damit einbeziehen. Also abschließendes Flipchart Neues Jahr, was ich mir darin wünsche. So und jetzt noch ein paar Feinheiten. Also ein Tipp ist, wenn Du diese Flipcharts hast und die liegen dann tatsächlich, sagen wir mal, jetzt tatsächlich vom 28. Dezember bis zum 1. 2. Januar. Das darf leben. Wie ich es vorhin gesagt habe, da kommt immer mal noch was drauf und Du bist irgendwo und dann fällt Dir da noch was ein. Visualisier es. Beschäftig Dich innerlich damit. Und wenn Du noch mehr ins Handeln kommen willst, dann mach doch auch einfach einen Wochen und oder einen Monatsplan. Also einfach nur als Gerüst für die Veränderungen, die Du reinbringen willst. Also ich nehme jetzt mal dieses berühmte Beispiel, im neuen Jahr mache ich dreimal in der Woche Sport. Da hilft es Dir einfach, wenn Du Dir einen Wochen- oder einen Monatsplan machst, wo soll denn dieser Sport sein? An welchem Tag? Zu welcher Uhrzeit? Ich glaube, das hilft uns auch eben wieder sehr, an unsere Wünsche, Träume, Ziele heranzukommen, wenn wir die nicht nur vorher kreativ gemalt haben, wie bei den Flipcharts, sondern wenn es Dir Spaß macht, auch wenn Du es schon konkreter ein- und umsetzt. Aus meiner Sicht zweiter Tipp dazu, schau doch mal nach förderlichen Zitaten. Ich mag zum Beispiel von Albert Einstein fast, also im Großen und Ganzen fast alle, alle Zitate, die ich bisher gelesen habe. Und es macht total viel Spaß, ein schönes Zitat aufzuschreiben und an irgendwelche Türen, Fenster, Kühlschrank, Spiegel und sonst noch wohin zu hängen. Also lass doch nicht nur Deine Flipcharts und Dein Wochen- oder Monatsplan Deine Leitplanke sein, sondern auch förderliche Zitate von Menschen, die Du Anne kennst, gut findest und die vielleicht genau zu dieser Deiner Lebenssituation schon was Weises gesagt haben. Und der dritte Tipp, um das noch zu verfeinern, auch ein Erlebnis, wenn Du bei mir schon mal bei einem Event warst, beziehungsweise die Einladung dafür schon bekommen hast, mach in Deiner Wohnung Haftnotizen überall hin. Unser Gehirn braucht ungefähr, meint die Gehirnforschung, 90 Wiederholungen, bis eine Veränderung gesetzt ist, also bis eine alte Gewohnheit durch eine neue komplett überschrieben ist, sozusagen. Also Du müsstest sozusagen ungefähr 100 Mal Deinen Sport machen, damit für Dich, wenn Du früh aufstehst, völlig klar ist, huch, ich habe ja heute noch gar keinen Sport gemacht, oder gestern, und Dir fehlt was, und Du denkst, ja, das kann ja gar nicht sein. Das bedeutet, das Gehirn braucht Wiederholung, wissen wir noch von Vokabeln lernen. Und natürlich ist es schön, wenn Du Dein Umfeld mit einbeziehen kannst, doch für die Veränderung, finde ich, liegt die Verantwortung bei den Menschen selber. Helft Dir doch einfach, dass Du auch, neben zum Beispiel den schönen Zitaten, Haftnotizen, als in meinem Beispiel bleibend Sport, keine Ahnung, Gymnastik oder was immer Du eben machen möchtest, auf Haftnotizen schreibst, in eben bunten Farben, auf buntes Papier, und es hängt dann vielleicht drei Tage links am Türstock von Deinem Schlafzimmer, und damit sich das Gehirn nicht visuell an dieses Bild gewöhnt, hängst Du es nach ein paar Tagen um, rechts unten anstatt links oben. Einfach, dass Du es immer wieder siehst. Du kennst aus meinen Podcasts und von mir den Satz Du bist selbst dein bester Lehrmeister. Niemand auf der Welt weiß so viel wie Du über Dich und für Dich und was für Dich stimmig ist. von dem her Du kannst es alles umsetzen. Du bist niemand, der was anfängt und wieder aufhört und keine Kraft hat. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Du verändern kannst und dass Du eben vielleicht jetzt nochmal ganz besonders einfach nur finden musst, was Dich richtig motiviert und begleitet. Und alles, was Du in diesem Podcast gehört hast, gilt sowohl für den Jahreswechsel als auch für Dein Leben. Das kannst Du immer machen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, sagte auch der Autor vom kleinen Prinzen. Das ist Klarheit und die Klarheit spürst Du. So vertraue Deinem Herzen und folge ihm. Ich wünsche Dir ein schönes, gesundes, glückliches, leichtes neues Jahr. Schön, dass Du beim Podcast dabei bist und ich freue mich, dass Du dabei bleibst. Danke für Dein Zuhören, Abonnieren, Teilen und natürlich auch für Dein Feedback. Alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer Manuela Starkmann Lebe Deine Klarheit Deine 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 Deine